Stop it Go! Baustellen, Straßensperren, Umleitungen. In Bischofswerda ist zwischen der Milchbar bis zur Markteinmündung vollgesperrt. Hier wird ausgebaut. Eine Umleitung ist eingerichtet. In Bischofswerda ist die Bahnunterführung Neustädter Straße vollgesperrt. Sie wird erneuert. Die Zufahrt der Stiftstraße sowie am Güterbahnhof ist möglich. Eine Umleitung ist ausgeschildert. An der Eisenbahnbrücke in der Stolpner Straße in Bischofswerda ist eine Vollsparung in Kraft. Die Zufahrt zum Klärwerk bleibt gewährleistet. Eine Umleitung ist ausgeschildert. In Großröhrsdorf ist die Radeberger Straße ab Montag in einem Abschnitt vollgesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. In Steiner ist die Elstra Straße zwischen Ohorner Straße und Windmühlenhang komplett dicht. Eine Umleitung führt über Mörsdorf, Gerstorf und Niedersteiner. Ebenfalls in Steiner ist die Pulsnitzer Straße wegen der Verlegung von Leitungen halbseitig gesperrt. Eine Ampel sorgt für das Vorbeikommen. In Teicher ist die Brücke am Ortsausgang Richtung Rauden gesperrt. Sie wird neu gebaut. Eine Umleitung führt über die S101, B156 und Uist. In Radibor laufen Kanal- und Straßenbauarbeiten auf der Ortsdurchfahrt. Hier ist abschnittsweise bis September vollgesperrt. Die jeweiligen Umleitungen sind ausgeschildert. In Straßgräbchen sind die Karmens- und die Schulstraße vollgesperrt. Die Umleitung führt über die B97 und die S94. Die Ortsdurchfahrt Hosener ist gesperrt. Die Umleitungsstrecke führt über Lauter, Bernsdorf und Grünewald. In Senftenberg ist die August-Beebel-Straße abschnittsweise vollgesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. In Tätschwitz wird am 1. und 2. April die Kreisstraße halbseitig gesperrt. Hier werden Schachtabdeckungen neu gefasst. Im lauter Ortsteil Torno ist ab Mittwoch die Theemannstraße zwischen der Rademacherstraße und Feuerwehr halbseitig wegen der Verlegung von Trinkwasserleitungen gesperrt. Eine Ampel regelt. Der Radweg um den Dreiweiberner See ist ab Montag komplett gesperrt. Hier wird ausgebessert. Die S95 im Hoyerswader-Ortsteil-Dorgenhausen ist vollgesperrt. Umgeleitet wird großräumig über die B97, die B96 sowie Brischko und Wittichenau. In Hoyerswader laufen Arbeiten an der Straße zum Industriegelände. In Hoyerswader betroffen ist der Abschnitt vom Haltepunkt Neustadt bis zur Einmündung Bahnübergang. Die bisherige Rechtsabbiegerspur in Richtung Bautzen wird zurückgebaut. Eine Ampel regelt das Vorbeikommen. Die Weihnachtsstraße ist auf dem Abschnitt Niederkirchner Straße bis zur Einfahrt zum Apartmenthaus auf eine Spur eingeengt. Grund ist eine Baustellenzu- und Ausfahrt. In Hosgel wird die marode Brücke erneuert. Hier ist die Durchfahrt am Ortseingang aus Richtung Wittichenau komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Rachlau, Großseherchen und Wittichenau. In Arnsdorf ist die Klein-Wolmsdorfer Straße teilweise komplett gesperrt. Umgeleitet wird über Walroda und Radeberg. In Kuhnewalde ist ab dem 1. April die Hauptstraße teilweise komplett gesperrt. Hier wird eine Stützmauer erneuert. Eine Umleitung ist ausgeschildert. In Putzgau ist die B98 auf einem Teilstück wegen der Verlegung einer Gasleitung halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt. Zum Landkreis Görlitz. In Zittau ist die Bergstraße zwischen Scharnhausstraße und Kummersberg komplett gesperrt. Hier wird die Stützmauer saniert. Für Stahaus kann eine Baustelle an der Kreuzung Heilige Grabstraße, Zeppelinstraße in Görlitz sorgen. Hier werden Trinkwasserleitungen erneuert. Die geradeaus Spur aus Richtung Klinikum Gebirgsdorf ist voll gesperrt. Ebenfalls in Görlitz ist die Kastanienalli wegen Bauarbeiten halbseitig zwischen der Tarrierstraße und am Bahnhof Weinhübel gesperrt. Hier ist eine Ampel im Einsatz. Aufgrund von Kabelarbeiten sind in Görlitz die Büttnerstraße und die Helle Gasse voll gesperrt. Die Arbeiten erfolgen jedoch nur tagsüber. Danach und an den Wochenenden ist frei. Die Straßenbrücke auf der B115 bei Nieski ist komplett gesperrt. Sie wird neu errichtet. Eine großräumige Umfahrung ist ausgeschildert. Die S133 in der Ortslager Eubin ist abschnittsweise voll gesperrt. Innerörtlich wird über die Lückendorfer und die Straße der Jugend umgeleitet. Egal wo Sie unterwegs sind, kommen Sie entspannt und gesund ans Ziel.